Jetzt ist Linda Indergamp bei mir, 6. im Short-Track. Wie zufrieden bist du nach diesem Rennen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich habe am Sonntag in der ersten Reihe gestartet und das ist sicher immer ein Vorteil. Sehr ein taktisches Rennen heute, oder? Ja, ziemlich. Ich weiss nicht, ob jemand mit dem gerechnet hätte, dass einige drei Runden vor Schluss schon angreifen könnten. Das ist halt in diesem Format spannend. Am Schluss ein Sprint. Du warst eigentlich auch vorne dabei. Wie ist es aus deiner Sicht abgelaufen? Ja, ich war im Moment etwas überrascht, dass sie von hinten so schnell gekommen sind. Aber ich bin zufrieden mit meinem 6. Rang. Danke vielmals und ein gutes Rennen am Sonntag. Danke vielmals.